Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme vom ACKRAS 3 LTC-Projekt, hier mit der lieben Blue Jenny. Hallo und hallo und mit dem lieben Solentz. Hallöchen. So, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, haben hier mit den Redstone Furnaces ein bisschen rumhantiert und mit den Interfacen. Und wollen jetzt weitermachen, einen Pulverizer automatisieren. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier irgendwie... Boah, das wird das... Das wird so hässlich. Egal. Äh, wieso hässlich? Ähm, vom Verkabeln her. Weil ich hier querfällt einverkabeln muss, um vernünftig heranzukommen und nicht in eine Wand reinzugehen. Mach doch Kabelkanäle. Ja, das Problem ist aber, ich muss hier von unten an den Chess dran. Sonst kann ich den Importbuster nicht hinsetzen, vernünftig. Dann fährst du Treppe hinten. So. Du kannst durch eine Treppe deine Kiste öffnen. Hä? Du musst an die Kiste ran. Ja, von unten. Automatisch. Mit einem Kabel. Ich hab nichts gesagt. Auch nichts erwähnt. Oder nicht erwähnt. Ähm. So, du kannst mir mal eben bitte eine Chess holen. Wenn du so nett wärst. Ich soll deine Chess holen. Ich soll deine Chess holen. Ja, eine Chess. Gerne. Ähm, naja, wohl ich muss eh noch mal im Keller. Woher hättest du's gern hin? Über den Importbus. Ich kann das Kabel sogar noch einmal höher legen. Ist drinnen. Gut. Drauf. So, ähm, also wenn du irgendwelche Rezepte mal brauchst, muss Bescheid sagen. Wir können auch einfach per Exportbus denn das zu dir rüber leiten lassen. So, jetzt muss hier nämlich ein Interface dran. Und so. Dann können wir jetzt nämlich auch selbstständig Sachen pulverisieren lassen. sowas wie Shiny zu Shiny Metal. Oder... Weißt du was? Äh, was? Die Arme nass ist nass. Ha, 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 ha. Nein, ich wollte eigentlich sagen, eigentlich will ich jetzt schnell das Haus noch fertig machen. Hm. Äh, mach ruhig. Ich würd weiter basteln. So, hier werde ich wieder den gleichen Trick anwenden. 16 Shiny. Mich suchen diese Stühle. Ergibt einen Dust. 16 Zinn. Ergibt einen Dust. Äh, Chair heißen. Und 16 von dem Zeug. Äh, so. Ich glaub, diesmal hört man meine Maus klickern wirklich. Ergibt das. Klack, klack, klack. So. Das heißt, wir haben jetzt definitiv genug davon. Äh, ich hab jetzt geschrieben. Wo soll ich denn mal? Ähm, at Biblio. Äh, die Dinger, die heißen Seat. S-I-A-T. Da steht's doch, at Biblio. So. Dann bräuchten wir Enderperlen. Ähm. Ja, da brauchen wir Wolle dazu. Aber wir haben noch keine Schafe. Oder haben wir einen Cotton oder so. Nicht, dass ich wüsste. Der Seite? Ja. Ah, ich hab' ne Idee, wie wir das machen. Oh, das Ding ist voll. Gut. Ich glaub, ich schalte hier einfach mal den Import aus. So, also wenn du Salz wieder brauchst und wir nicht genügend Wasser haben. Also wenn er stockt wegen Wasser, muss Bescheid sagen. Äh, passt. Dann hab' ich schon. Äh. Dann, ich möchte jetzt gerne den Magma Crucible nehmen. 10 Redstone. Weißt du, wir haben nur 552 Redstone. Guckuck. Und 67 Enderperlen nur noch. Wo sind die ganzen Enderperlen hin? Hä? Da brennen total viele Enderperlen. Liegen da noch welche, oder was? Ja, natürlich. Oh. Okay, das ist doof. Keine Panik auf der Titanic. So, dann möchte ich jetzt gerne hier ein... ...Gerät hinhaben. Dann würde ich am liebsten halt nicht hier eine Ecke gern. Wie viele Enderperlen hättest du gern? Gott. Noch. Ein Moment. Boah, Alter, jetzt fängt es wieder an zu lecken. Warum? Ähm, stimmt. Du hast es weggetan. Da haben wir keine mehr. Von der Mobfarm. Nee, bei den Mobfarm haben wir auch keine mehr. Ja, wieso? Das weiß ich. Die sind alle im Mameseszieher drinnen. Ja, wir hatten letztens noch eine Kiste, zweimal 16. Willst du es reinschmeißen? Ja. Ähm. Bis drinnen. Gut, danke. Das heißt, hier müssen wir einmal wegreißen. So, wird schon irgendwie klappen. Ähm, dann bräuchte ich da einmal ein Loch drinnen. Dann machen wir das hier gleich mal schön fertig. Ähm. Dann ein Tank. Ein Fluid-Import brauche ich. Ups. Dann. Was, ups? Ich habe ein paar zu viele... ...Fluid-Busse gebaut. Oh. Na, passier doch mal. Ja, ist sowieso egal. Naja, ist sowieso egal. Ja, ich meine nur, wir haben mehr als genug davon. Von dem Zeug. Ja. Sehr schlau, auf dem Tesserlack drauf zu zeigen. Hm. Egal, da muss ich ihn umbrennen. So, bitte... ...250 Millibuckets per Deck. Dann einmal die vier weg. Eingang. Oh, leck, leck, leck. Junge, junge, junge. Hm. So, jetzt ein Tisch. Ein Tisch, Fisch. Ein Fischerstisch. Fischstisch. Oh, warum? Ah, ich hasse meine Festplatte gerade. Aber egal, ich muss leider vorproduzieren, weil ich umziehe. Hehehe. So. Na, jetzt mal warten, bis ich hier auch ein Bucket habe. Stimmt. Ähm. Ja. Ich habe unsere Wohnung geflutet. Ach, willst du, das ist. Hehehe. Ähm. Storage? Nee, ähm, 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 ähm. Wie ist das Ding noch? Mit einem Provider? Nein. Ein Partitionseditor. Das Ding wollte ich haben. Hm. 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 Gibt's hier auch eine Sickle? Theoretisch, ja. Hä, wo sind denn die ganzen Prozessoren jetzt hin? Oh. Das brauchen wir jetzt hier so lange. Aber es geht nur mit Inver, Tobi. Hä? Mit Inver? Was zum Teufel haben die denn jetzt hier? Äh, ja, Inver haben wir. Haben die denn denn so viel Sirtus Quartz auf neu? Ich muss irgendwie in Gründen beide jeder mehrere Stacks Zirtus Quartz kraft. Okay. Hä, warum haben wir denn viel Sitz Potationen craften lassen? Scheiße. Weiß ich nicht. Ich bin was falsch gebaut. Äh, was machen. Fuck. Ich schmeiße auch eine Sachraussicht. Okay. Nur so nebenbei. So, dann können wir jetzt nämlich hier einmal die reinpacken. Format. Immer die reinpacken. Format. So, weil dann sind die jetzt nämlich, äh, gebunden darauf, dass da nur, äh, Fluid reinkommt. Äh, nur die beiden Sachen halt. So, dann kann ich die hier, ne, kann ich nicht entleeren. Ich brauche einen neuen Bucket. Dann formatiere ich die Wasserfestplatte auch direkt. Und, na, Format. So. Ich kriege den Blumen. Ne, ne, haben wir eigentlich, hä? Ich brauche Blumen. Wofür? Ah, zum Färben. Okay. Nun. Was kann ich jetzt dafür? Merbinen darf ich ja noch nicht anfangen. Hier darfst du noch nicht. Hast du irgendwann mal gesagt. Hä? Ach, nee. Ganz ehrlich, davon weiß ich nicht. Falscher Film. Vergess es. Das war ein Techworld, hätte es mir verboten. Oh. Ja, 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 und dann machst du mich schuldig. Ja. Ich bin voll unschuldig schuldig. Das heißt... Ähm... Ja, hier kommt wieder ein Interface drauf. Mal weg. Ja, ich will nicht auf... Zack, zack, zack. So. Dann jetzt mal überlegen, wie mache ich das jetzt? Mache ich hier sonst Dauerexport? Nee, verdammt, wie habe ich das denn noch? Hm. Oh mein Gott, ein Schaf? Wir haben ein Schaf? Hat man vorher auch schon. Echt? Ah, es gibt ein Fluid Interface, aber wieso bin ich das denn hier? Hey, hey, hey. Da habe ich gar keinen Platz für. Jenny. Tobi. Ich muss leider deine Wand ein bisschen demolieren. Macht das was? Ich muss deine Nase küssen. Äh, demolieren. Macht das was? Äh, nee, ganz ruhig. Na dann. So, nein, kommst du mal ganz kurz schnell her. Weil das Problem ist, sonst müsste ich hier noch mehr umbauen. Ja, gleich. Das Problem ist hier nicht... Verdammt, das geht ja auch nicht. Ähm, wie mache ich das am besten? Kann man da vielleicht einfach einmal importieren lassen? Nee, einmal geht hier leider auch nicht. Verdammt, gut. Dann hat sich das jetzt erledigt. Dann muss ich das jetzt anders machen. Ähm. Na, kaputt. Das heißt, ich brauche zwei Magma Qs zu benutzen und zwei Fluid Transpose. Ähm, Magma. Ja, toll. Dem fehlt wirklich alles gerade. Beste Voraussetzung. Das ist ein Schluck auch toll. Geh weg, du Kuh. Okay, tschüss. Du bist keine Kuh. Sicher? Wenn, wenn da bist du ein Bulle. Das sagst du jetzt. Ähm. Gut, wir haben ein Problem. Und zwar? Wir haben keinen Netherrack. Dann produzieren wir euch. Ja, klar. Ich brauche es, weil ich zweimal ein Netherrack brauche. Eine Anlage dafür. Ich kaum einfach. Was? Andere machen gar nichts. Mein Handy, scheiße. Ja, du läufst durch die Gegend und sammelst, äh, Essen ein. Mehr als Flinden die meiste Zeit macht. Ähm. Habe ich das laut gesagt? Mehr als Flinden die meiste Zeit macht, ernst. Habe ich das gerade laut gesagt? Nein, du hast doch geflüstert. Du hast es geatmet. Also, ich laufe jetzt gerade wieder mit 12 FPS rum. Also, ich hoffe, dass es bei euch jetzt die Zeit nicht zu leckt. Also, die Zuschauer. Jetzt habe ich wieder 70 FPS. Das nennt man ein Hin und Her. Ein Hin und Her. Ja, genau. So, ich brauche mal ein kurzes Stone Barrel. Das haben wir, glaube ich, da hinten mit reingeschmissen. Oder ne, ich mache es anders. Äh, ach verdammt, kann ich ja gar nicht. Hehehe. Shit. Ach so, ich schicke das Fluid mit rein. Und jetzt ist ja noch ein Fluid. Mäh. Ja, jetzt habe ich wieder 2 FPS. 10 FPS. Yay. Besser 2 FPS als 1 FPS. Jetzt habe ich 1 FPS. Du musstest es ja sagen. Besser 1 FPS als 0 FPS. Halt die Klappe. So, jetzt habe ich wieder 50. Siehst du? Siehst du? Jetzt wird 30. Hm. So, du kannst mir doch sicherlich mal im Schnell helfen, oder? Karma. Ich heiß gleich. Okay. Boah, ist hier noch viel Müll, du von der Neuwahl. Was zum Teufel? Du pflanzt da Bäume an? Nein. Warum? Frauen. Ja, und dafür nimmst du die Fläche, wo der automatische Harvest sein soll. Ja, wenn ich keine andere Fläche habe... Dann macht man sich eine. Doch, das wird doch viel zu einfach. Ach. Kommen wir jetzt mit. Hui. Hui. Pff. Hui. Miau. Wir sind bis 16 Minuten. Ja, ich habe anmoderiert, oder? Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, wenn ihr nächstes Mal sehen wollt, wie ich Mark an Cruise will und so weiter verkabel und Jenny weiter dumm im Kreis läuft und was auch mal die macht, dann würde ich sagen, ciao doch beim nächsten Mal wieder mit zu. Also, bis dahin, ciao, ciao. Ciao. Wuhu.